So, also, meinen Druiden hat er gebetet und ich versuche jetzt mal mein Glück mit dem Priester. Wie gesagt, meinen Magier hat er jetzt rausgenommen, er muss jetzt den Magier wieder nehmen und da hoffe ich einfach mal, dass ich mit dem Priester ein bisschen mehr Glück habe. Grüße. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Der wird sich auch denken, ich spiele nur Mächtex. Wir haben viele Geheimnisse. Das ist ja wahrlich ein bescheidener Start. Gut gespielt. Tja. Muss ich das Risiko eingehen? Was meint er? Ich weiß es nicht. Ah, komm. Zur Not kopiert er in sich. Ne, hat er nicht. So früh. Okay. Okay. Boah, hör doch auf. Duplizieren. Ja, okay. Finde ich aber jetzt, glaube ich, gar nicht so schlimm, dass das Duplizieren war. Denn, ähm... Wer weiß, ob er wirklich so viele Geheimnisse hat und die perfekt ausspielen kann. Ja, es läuft bescheiden für mich weiter, Kinder. So kann's laufen. Ich muss erst mal wieder hier das Board zurückgewinnen. Aber er wird auch gleich anfangen, wieder mit dem Einfriergedöhne. Wir haben viele Geheimnisse. Viel Schaden, was er mir da drückt. Ich repariere alles. Okay, das war nix. Oh. Kann ich auch leben. Das war's. Ja, es wird jetzt sowieso hier am Blizzard kommen. Und dann sieht's echt übel aus für mich. Ich mach stark von aus. Ah, es war so klar. Okay. Was machen wir? Auf jeden Fall den hier erstmal healen. Dem geben wir Verstohlenheit. Wenn jetzt noch ein Blizzard kommt, dann... ...könnt es das auch direkt schon gewesen sein. Oder ein Flamestrike oder so. Portal, okay. Okay. Wir haben viele Geheimnisse. Boah, der pumpt hier richtig raus. Okay. Okay. Was könnten wir machen? Wir könnten den hier opfern. Moment. Ich mach das erstmal so. Da mach ich das... Obwohl... Ne, Moment. Da mach ich das so. Ah. Okay. Er will's wissen. Mach ich das so. So. Ich mach das da. Boah. Das mach ich da. Das mach ich hier. Boah ey Er macht es mir echt nicht einfach So viel kann ich sagen Ah den Yeti würde mir jetzt pingen Ach Blizzard oh mein Gott Oh mein Gott Das wird hart Das wird hart Nein Gut gespielt Okay was machen wir jetzt Ich kann auf jeden Fall Den hier hoch buffen Ich sollte mich auch auf jeden Fall Oder mal überlegen 6 12 machen Wenn er die Dinger hat Schon gespielt Ne ich glaube ein Feuerball hat er noch nicht gespielt So machen wir es einfach Ich meine ich bin so oder so Wieder die Feuerball 4 of the Feuerball Echo Okay Boah Nochmal Echo Ja so habe ich das bei mir im Deck auch Ähnlich geplant Okay Ey wenn das jetzt zerstäuben ist ne Dann war das Freunde Hat jetzt auf jeden Fall schon 10 Schaden Was sollte ich mir gründlich überlegen Oh Ah Oh Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Da hat er mich, da hat er mich, da hat er mich im Sack. Da hat er mich im Sack. Ein Damagepunkt fehlt noch. Boah. Übel. Toll, ich ziehe auch nur Moax hier. Ja, egal was ich mache, ich bin down, ne? Das ist wirklich egal, was ich hier mache, ich bin jetzt down. Aber komm. Dem Spaß lasse ich ihm natürlich. Und ein Eisblitz, bumm. Frostblitz. Ja, okay. Das war Gruppe D, die drei Spiele. Ja, man kann nicht immer gewinnen. Vielleicht hätte ich mir auch keine neuen Decks bauen sollen, aber so ist es halt, ne? Man kann halt nicht immer gewinnen und es ist ein Kartenspiel. Ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen und dann gucken wir mal, wo ich jetzt im Bracket lande. Ich denke, ich werde euch das Bracket ja im vorherigen Video hoffentlich gezeigt haben. Und dann geht's gleich weiter im nächsten Video. Duh, 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 Duh. Duh!